Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit mir, den Kabin, der sein Oberstübchen ausbauen tut. Äh, ne, ich bin dabei, Balkons zu bauen. Also einen haben wir schon, der zweite ist gerade in der Mache, fehlt ein bisschen Holz, weil ich bin gerade überlegt, an Überlegung, wie gesagt, ob ich den nicht über drei baue. Also drei Feldern, zwei, ein Ausgang, Mann, was ist denn los? Ein Ausgang, aber der Balkon soll drei breit sein. Ja, das ist mein Plan. Aber wie gesagt, das lichtet sich hier schon, das Holze. Ah ja, und außerdem wird ja bald dann auch der Winter auftauchen und dann ist das ja erstmal Baustelle stillgelegt, weil dann ist nämlich erstmal Priorität Übergang Brücke, oder beziehungsweise das hier still. Der Rest, den kann ich ja auch im Sommer machen. Aber das hier still muss stehen, aber das Holz ist... Es ist widerspenstig. Es hat sich mit der Schräge verbunden. Hey, das ist ein Witz, ist das? Hallo? Der Baum muss doch weg. Mann, macht das doch nicht so kompliziert, Natur. Warte mal, der Kleine, ist das jetzt so hochholz, oder ist das... Nee, das sind nur Äste. Ach, das ist Schiet. Das ist Schiet. Ich brauche Baumstämme und keine Äste. Es geht durch, aber nicht so wirklich. Das könnte schon Holz sein. Jawohl, es ist das, was ich... Äh, für was ich das gehalten hab. Ah, der blöde ist, ich muss jetzt schnell mal umstellen. Weil sonst genau das... Nen, 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 Also wenn du, das ist ja jetzt heute schon die dritte Aufnahme, wenn du die ganze Zeit hören tust, dann hast du aber auch Spaß. Aber gut, das ist besser als mit der Axt bauen, wa? Ha, bitte mal vor, ich müsste dich halt mit der Axt weg登録ieren. Da hätte ich aber auch Spaß. Anderen. Oh, hier oben ist ja auch noch eins. Hallo, Elli. Ja. Du machst das richtig. Schieb das runter. Bis ganz nah unten. Das ist noch von letztem Mal, wa? Ich glaube, das ist noch von letztem Mal. Aber wie gesagt, Schwund ist ja überall. Wo ihr hobelt wird, fallen ihm halt auch Späne. Das ist nun mal so. Warum treffe ich denn das nicht mehr? Ich glaube, ich muss mir eine Spielbrille besorgen. Ein bisschen Klarheit hier auftauchen tut. Das ist kein Holz. Das sieht nicht so holzig aus. Es ist ein versteinetes Holz. Es geht einer nach oben ruf, wa? Ah, sag ich doch. Und das andere schon mal will er rin geschmissen. Hallo? Da? Da sieht aber immer noch wenig aus. Wo sind die Reste hin? Da. Ah, wie gesagt. Das sieht man immer erst im Schluss. Von Weitem. Da ist ja auch noch Holz. Und da ist noch Holz. Und ich holz nie aus. Was hier an Holz liegen tut. Und das andere Holz liegt alles schattig. Das kann ich nicht sehen. Ab zum Balkon. Andere Richtung. Ja, wie gesagt. Ich muss das ja bloß wieder hochbauen. Dann muss ich das bloß abstützen. Und dann haben wir das. Also abstützen. Nicht abstürzen. Das krieg ich auch so hin. Das wird nebenbei so ein bisschen verziehen. Wahrscheinlich. Das abstürzen. Äh, stützen. Wenn. Äh. Ehm mal drinnen. Dann hast du drinnen. Ey Junge, Junge, Junge. So, naja, gut. Also. Ich muss das ja. Wie gesagt. Ehm mal da rüber. Und ehm mal in eine andere Richtung nochmal. Und das bist du hoch. Und dann müssen wir das. Befestigen. Und dann haben wir das. Das Dach ist noch nicht fertig. Aber das muss. Wie gesagt. Prioritäten. Die muss man sich ja mal ab und zu gönnen. Haha. Stützenderweise. Ne, dann sollte ich dich mit nach oben nehmen, ne. Ich brauche dich da oben. Moment mal. Ich habe da letztes Mal. Achso. Ne, Moment mal. Ich habe da schon mal einen abgefräst. Wo ist denn der andere hin? Hm. Der ist die Sport. Dann werde ich das jetzt mal da hin. Äh hin. Packen. So. Gut. Uff. Das selber jetzt hier drüben auch nochmal. Naja. Gut. Jetzt habe ich das jetzt. Das fehlen eine Stücke. Ja gut. Fehlen ist das ja nicht. Ich habe ja denn da unten, wenn ich das abbaue, noch mal ein paar. Haha. Naja. Dann ist das so. So. Gut. Nein. Nicht gut. Ach man. Du sollst jetzt genau da ruf und dann da rüber. Ich glaube aber auch, wenn ich jetzt... Ach nee. Ich muss das ja so doppelt machen. Das geht ja nicht anders. Mal, wenn ich das jetzt... Ich hänge hier fest. Es gibt kein Entkommen. Ey, das kann ja nicht wahr sein. Verdammt nochmal. Ich mache das von der anderen Seite. Das passt mir besser. Ich könnte das so machen. Ja gut. Ähm. Wenn ich das jetzt da rüber setze... Könnte ich das ja jetzt schon abstützen? Dann ist das ja schon soweit erstmal... Fertisch. Das ist ja genau das, was wir haben wollen. Genau. Das ist das, was wir wollen. Dann kann das nämlich... Oh nee, das kann nicht wahr. Wenn ich das nämlich wegbaue... Habe ich ein Problem. Das muss ich nochmal... Äh... Mir durch den Kopf gehen lassen. Sonst kann ich das nämlich nicht abbauen. Das ist das Problem. Das muss genau... Äh... So gebaut werden, wie das... Gebaut werden muss. Es war am Anfang ein bisschen teurer... Na ja, denn das ist in dem Teil so. Ich muss bloß... Oh, nicht schon wieder. Kann ich mal... Ah, ich kann das ja so machen. Ah, manchmal fällt der Groschen... Aber ein bisschen spät. Moment mal. Hör mal, wie ich das jetzt mal... Hä? Wie kann ich das jetzt rausgenommen? Och Mann! Ich geh außen rum. Wie kann ich das jetzt raus, die Zorin? Ach, hier, die Treppe. Achso, ich kann das ja ja nicht rausziehen. Ich wollte jetzt die Wand wegziehen, aber das geht ja ja nicht. Das geht ja ja nicht, weil die Treppe nämlich da dran hängt. So, ähm... Da. Dann machen wir es von der Seite aus. Ich glaube, das ist für mich gesünder. Ach, nur Haar. So. Jetzt da noch eh, dann da rüber und dann das abstimmen. No way. Nee, ich mach das... Ich mach das so, wie ich das gesagt hab. Wie gesagt, ich brauch das Holz ja eh hier drüben. Und außerdem muss ich eh Zeit schinden. Wintermäßig. Der nun bald kommt. Nöööööööööön! Mööööööööööön! ein bisschen kurieren kann obwohl ihr könnt eigentlich von da an erstmal holz nehmen lasst doch mal die floh genau ich musste zahlen war flora und so wachsen lassen das muss reichen für das projekt balkon und dann kann ich mich da unten wegreißen und dann können wir das gleich für ein dach benutzen das wird ich sag euch das wird schön dass ich das holz auseinandergenommen habe ich habe hier noch einen stamm gehabt also ist nicht gut aber jetzt ist es zu spät meint ich so warten sie mal da den den und jetzt muss ich die schreien daran knattern aber der dürfte schon zu kurz sein wenn ich den jetzt noch mal herbieten ja sie ist ja die nicht aber ich könnte wenigstens ihn davon nutzen und ich habe ja noch einen oben und die müssen wir jetzt hier zwischen stecken ja und rein theoretisch müsste ich den jetzt genau wegnehmen können jetzt kommt der darin und dann brauche ich das kann ich das einfach abbauen ich glaube das war es gewesen ich muss bloß jetzt richtig springen siehst du hab ich doch gesagt es funktioniert doch alles immer darüber immer darüber das abstützen dann haben wir genau den haben wir gesucht fertig der balkon ist fertig also grundgerüst mäßig jetzt brauche ich das bloß noch hier so machen gut ich habe jetzt hier zwar ein bisschen schwund aber so ist es nun mal das endresultat wird zählen ja ja denn ein paar blümchen da oben hochgepflanzt spät da naja der winter ist das eigentlich total togal ob da blümchen oder so drauf sind die wachsen die all im winter nicht der hat schon wieder Durst das kann doch nicht wahrsehen der weg so geht oh das Holz wie gesagt lasse ich erstmal hier stehen das werde ich schon irgendwann mal hier brauchen ja und dann mache ich das hier zu und lasse das als Eingang weil hier wie gesagt werde ich eh nicht rinkommen das glaube ich nicht das hier zu halt, 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 halt dass das so gut wäre aber wenn wir jetzt hier durch ist es wahrscheinlich auch geil nice gut anbau äh, balkon ist kongig zwar balkongig jetzt können wir uns das Dach weiter widmen und dann das noch ausbauen eigentlich wäre auch geil wenn wir hier da das auch so gemacht hätten aber so ein Cleaner muss auch mal sind ein Cleaner Balkon man muss es nicht ständig übertreiben kein Holz mehr ja, du kriegst gleich was zum trinken, Junge alles gut ich muss eh gleich schlucken und wenn ich Glück hab fängt er bald an zu schnückeln die Regenrinne ja, jedes Mal aufs Neue so jetzt nochmal Holzknatter ich weiß es nicht, weil das wird schon ja schon spät so da bin ich also gut äh, okay also nachts mäßig rüber das lohnt sich nicht ich werd jetzt einfach schlafen scheiß auf was ist denn nun los Alter, mach ich jetzt nicht schon wieder USB es hat gerade düdüt gemacht weil es halt gehört habt das ist meistens, wenn ich mein USB hab anfangen tut rum zu zicken was doof wär ja, ne, kann nicht, weil die Festplatte ist ja unten angeschlossen okay, gut es geht ein Problem sag ich jetzt mal so das Einzige, was jetzt passieren kann ist eben halt, dass die Maus nicht reagiert das wäre das Einzige, was passieren kann aber wie ihr sagt ich hoffe, dass das nicht passieren wird ist das Ellie da hinten? hat die gerade da gesessen? habe ich richtig gesehen? ich glaube, das ist Ellie ja, das sieht aus wie eine Ellie warum sitzt sie mitten im Weg? ich weiß es nicht Ellie muss mal hier durch oh süß, da kann ich gleich mal hier ein bisschen Holz einsammeln warum ich denn das Holz nicht einfach achso, weil das hier an der Seite halt eher jüdisch verstehe ich verstehe Spiel so man, wir haben schon lange nicht mehr rumgeknattert, wa? lasst uns mal ein bisschen rumknattern und nochmal Achtung, da fällt ein Baum also jetzt sind alle hoch so eine dünne Dinger hier boah, ich, ich, nee ich werde da vorne Holz holen gehen das geht mir auf den Sack hier das mit die Schräge hier das ist unangenehm also hier Bäume schneiden ist gut das machen wir anders ich gehe vorne sägen ich habe gedacht, das ist eine gute Idee dann brauche ich nie so weit laufen aber es ist eine doofe Idee ich mache jetzt bloß noch das Ding hier voll und das war die Wesen weil, guck mal du kannst hier an der Stelle ja nicht vernünftig schneiden du rutschst ja jedes Mal runter Alter, ist das ein Wiez gut, nee, das lassen wir das macht so keinen Spaß das war's dann holen wir uns die Stämme woanders her müssen wir zwar zwei Meter weiter laufen aber ich muss hier nie hin und her rutschen da geht er so nicht und der letzte ja dann schleppen wir jetzt mal die ganzen Stämme da hinten hin zu Fuß naja wat mut dit mut man oh man jetzt ist aber gut, ja boah, ich muss mich jetzt konzentrieren dass ich nicht losfange hier rum zu blöken zu spät ich glaube, der ist weg jo, gut jetzt ist die noch und dann können wir rüber Elli, fass mal an das Holz, Mann oh ich brauch schnell was trinken muss hier ab und zu hoch mal sind ab und zu eigentlich sollte ich das immer machen ist jetzt nicht, dass ich hier nicht schon was vernünftiger zum trinken hätte ich hab ne mehr schon mal Lohnwasser zu stehen schönes, leckeres, Melohnwasser hallo sie galoppierende ja, ja, ist er gut schönen guten Tag sind sie öfters hier? wenn ja, wieso? so ich würd mal sagen ah nee, da ist hoch noch Holz da ist noch Holz da muss mit ja doch das ist bloß ehens, wa? ich kenne mal hier nach nee, das ist nur Schatten hier ist nix, ne? nee, nee, nee alter, ihr kriegt ne Krise das ist ein Stein ich würd grad sagen da ist noch Holz da ist noch Holz nee, das sind nicht Kavien aber bloß ein Stein so jetzt geht's los jetzt müssen wir die drüber schieben und ich würd mal sagen vielleicht nur in oder zwei wir pennen es ist nämlich Winter oder vielleicht so eher noch früher da ziehen nämlich Wolken auf vielleicht ist es unser Time das werden wir noch rausfinden ja, ja boah, der muss ich hier sagt noch äh, die Töpfe von drüber rüber holen vielleicht find ich ja noch die Energie und dann ist nämlich hochfertig und dann holen wir uns hier für die Energie und so, eh ins E-Stück klack, 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 klack moment mal eigentlich könnt ich ja hier zumachen nee, das ist ein Balkonkabin ich war fast verleitet äh dir zuzumachen und hat's hier sehen hallo nee, du sollst das einsammeln danke macht doch sowas nicht ja, wie gesagt dann ist so naja, gut bevor ich das Kreuz mache oder so sollte ich mal an Licht denken, wa also wäre schon mal nicht schlecht also so ein Licht wäre schon geil weil die könnte nämlich wenn das hier zu ist gern schon finster hier drin werden ja, ja so ein Baum krieg jetzt auf einmal hier so Schluck auf das geht nicht das ist nicht angenehm also gut, Schluck auf und seit wann es einen Schluck auf angenehm er ist da und er nervt so nee, nee so, hier noch man, oh man, oh man naja, gut das ist jetzt bloß naja, nur noch das ist ganz gut wenn das nur noch ist aber das nur noch ist das ist ganz schön viel das nur noch haha na, ich wollte gerade sagen ah, gut hä, ich kann das wegnehmen warum kann ich denn das wegnehmen ja gut, jetzt muss ich aber das wegnehmen können das wäre cool aber das kann ich so, ja aber gut, das bringt mir ja nichts das kann wir da ran das bringt mir ja nichts das hat ich ja gesagt das hat ich ja gesagt ich kann das zwar jetzt hier wegnehmen aber dann hast du hier so eine Ecke drinne und das willst du nicht haben ich würde gerne das komplett wegnehmen aber irgendwie bin ich brain noch nicht so weit dass das funktioniert öps nee, ist auch richtig ah, ich geh noch das richtig wegnehmen ist das korrekt? ja, ist korrekt ich war mir gerade nicht so sicher na, gut nee, ist das fertig wird schon wieder? oder ist das jetzt ist das unsere Zeit? weil für dunkel werdet jetzt oder ich hab blöd gepennt was ja auch möglich ist ungünstig schön, dass ich so ein Wasserding aufgestellt hab und jetzt bis jetzt noch nicht eigentlich immer Wasser daraus ich kriegt hab und im Winter werde ich da kein Wasser rauskriegen dann muss ich nämlich da hinten an den Fluss ran und dann muss ich das Wasser daraus zappen und das wäre ganz gut dass wir bis dahin die Töpfe schon bei uns haben also ich muss auf jeden Fall irgendwie mal anfangen bald ein Regal hinzustellen dass ich das da drin sortieren kann das bedeutet wir machen bald eine Reise also wenn ich wenigstens das Grundzeug hier zu stehen hab wie ihr sagt oh oh äh das sollte ich nicht so machen das Ding ist ja noch nicht mal richtig trocken dann mach das mal so schmeiß das einfach von da rein siehste hilft doch gleich besser na denn ab nach hinten da wo es ein bisschen gerade ist hallo Elli kannst du mal mitkommen kannst du mir mal kurz den Rücken frei halten ich versuche ein bisschen Holz aus diesen Gefilde zu kreieren aber das sieht nicht so das sieht nicht so gut aus aber gut auf jeden Fall ist der Boden gerader als da drüben ah jetzt ja ein Tümbach ah jetzt ja und ich mach hier mal ein bisschen die Lichtung beikloppen ist ja auch gerade schön das Problem ist ich werde hier erstmal die ganz heute suchen müssen mhm die das nämlich alles hier ganz schön zugewuchert ja ich sag halt ja Natur man liebt sie man hasst sie ich hasse sie jetzt gerade sie verdeckt mir mein schönes Holz ich renne schon mal mit ein Stück Holz vor der Wagen kann ja nachkommen vor mir steht ein schöner kleiner Wagen ist der nicht schön er hat ein paar Schädel drinne das ist aber wunderbar ja 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 ich glaube der Wind der hat mir in mein Ohr flüstert geh geh fort geh ja doch ist doch gut ich trinke doch schnell warte schwimmen alter ich kann schwimmen trinken und kotzen gleichzeitig krass ich geh mal kurz hier hin hallo Elli warum hast du schwimmengeräusche aber du hörst dich an als ob du galoppieren tust ja jetzt trinke ich aus dein hä nee das wollte ich da ja nicht ist schon korrekt so den Fisch kann ich ja gönnen wenn wir jetzt da rüber gehen wenn du saß so drehen wir mal kurz ne Runde das war meine Runde ja das Dachbauen so lange dauern kann wenn du bloß eine Person bist hier die alles alleine machen tut das ist ich wollte gerade sagen das kann man sich nicht vorstellen aber das sieht man ja und das tut mir ja auch leid wenn das 20.000 Baufolgen sind aber umso größer man baut umso länger dauert das den Teil wenn man das alleine machen muss das ist dem Teil so ne da baut äh da baut da baut die Maus den Fahnen ab ich weiß dass es heiß beißt aber äh baut ich hab mich versprochen aber hoffentlich ist es nicht hoch wie weit aber kann ich das nicht hoch hier so und dass es vernünftig aussehen tut es wäre mir aber lieber wenn es komplett zu gewesen wäre ist es da drunter ne guck mal oh shit naja gut es wäre mir lieber gewesen wenn es komplett zu gewesen wäre kann ich das hier wegnehmen ne kann ich nicht ich hab jetzt gerade so überlegt also wenn ich das jetzt so ran machen würde könnte ich das auch nie wegnehmen haha macht Sinn naja so und von der Seite müsste der dann eigentlich auch noch zugemacht werden wenn dann machst du das richtig aber erstmal ist das Dach dran der Kabin aber das weißt du ne das kannst du später machen das ausbauen mach erstmal fertig mama bitte fertig mama bitte fertig sagt die mama zu den keine Ahnung wie komm ich jetzt auf hellgeschneider das war gerade so mach mal bitte die Möhrchen aber gut andere Thema hat drin gepasst ich dachte da fällt jetzt einer ab da fällt mir ja einer ab so das haben wir jetzt das Ditte dran da fehlt einer unten warum hat er den nicht zuerst ran gesetzt das kriegt Komplexe das fehlt doch man genau so ist korrekt das fühlt mich gleich besser oh jetzt muss ich nochmal rüber laufen weil das nicht reicht naja gut da war klar dass ein Wagen nicht reicht das wäre ja was wenn es reichen würde das tut das ja nie ha seht es hat gereicht ha krass wa voll die Planung naja gut nochmal ne Ladung es muss ja fertig werden bist du mein Baum der ist so schmal wa der bringt auch nie genug der dürfte bloß es zu werden wa das sind nur Äste aber ich probiere trotzdem nö doch nicht natürlich sind das Stämme man das sieht man doch das war doch war doch von vornherein klar dass das Stämme waren hallo habt ihr das nicht gesehen oder wat klar waren das Stämme das stemmt man doch man ne das ist verkehrt ab durch den Balkon ding dong hallo 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 wo willst denn du hin du mal Jan schnell will er zurück ja zurück mit dir ich hab gesagt zurück naja mal gleich mal so nehmen zeigen wer hier der Herr auf der Insel ist kann ja jedes Stück holz kommen dat geht ja so ne aber ich hab so das geführt das wird immer noch nicht reichen jeden Baum muss noch dran dran glauben glaub ich jawohl dat würdet wohl müssen warte mal ich werd mal den da hinten noch wegknattern der sieht mich auch noch sehr sehr groß aus großkotzig wie er ist muss der weg und keine Panik ich weiß dass ich da einen wohnen gerammt hab den hab ich nicht vergessen es ist eine ungerade Zahl ich mag das nicht dass die nicht wegrollen die kackerser das wollen wir ja nicht wo sind die anderen da ist einer da sind die anderen du kannst das einfach hier rein packen das ist alles in Ordnung so der ist noch und dann der hinten noch den haben wir alle sag ich jetzt mal so und das müsste rein theoretisch aber das ist nur eine Theorie reichen und die können wir den Teil zum abstützen nutzen das müsste passen ja du kriegst gleich was zu messen du hast es dir gleich verdient Junge du hast es dir verdient wir haben ja schließlich durchgezogen hier da ist was Kevin hast du ein fallende holz gesehen richtung wasser es ist mir gerade entfallen und zwar in den Urkus hä ich hab das Ding ausgezogen jetzt hat er das schon wieder an ich hab es ausgezogen nee hab ich nicht ich hab mich bloß umgezogen gehabt den tauchergerät hab ich immer noch an nee hab ich nicht nee doch boah achso so jetzt hab ich nicht mehr an ja jetzt hab ich nicht mehr an aber ich hab jetzt mein Holz trotzdem kommt ich und mein Holz ich Holz nee aus kann ja wohl nee wahr sind so so rum so wird ein Schuh draus oh nein ich wollte C drücken hab es aber verkackt und der letzte na das sieht ja aus ha das können wir später machen ich bin dran überlegen ob ich hier auch noch ausbaue links und rechts so ein bisschen Balkon mäßig aber das müsste ja reichen also man muss es jetzt noch nicht übertreiben aber später so für einen Winter Garten oder Ja Karbin alles klar alles was du sagst so ich glaube das müsste jetzt gewesen sein also das Dach ist erstmal fertig das ist fertig na diesmal sind ich im Wasser hier hin ah siehste 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 gut ich würde mal sagen ich mach hier so ganz billig hierhin so ganz billig werde ich den machen hier es wäre cool wenn ich hier oben da so ein halbes Ding drauf setzen kann oder muss ich mal ausprobieren aber ich glaube nicht dass das funktioniert quasi eine glatte kante oben ruf setzen aber das wäre schön aber ich glaube nicht dass das funktioniert klappe nö naja aber ich habe schon eine andere idee ich habe zwar gesagt stützender weise aber ich habe ja unten noch andere Zeug ach mensch lassen sie doch mal so da sind die die werden jetzt einfach als gelände drin gesetzt und dann ist gut das gelände muss ja her irgendwie das Problem ist die kann das jetzt ja nicht so ransetzen genau das habe mir gerade gedacht na gut ich kann maximal so machen da kann ich jetzt so ein Ding dran setzen ich glaube nicht ne aber ich fahre so trotzdem boah stellt euch mal vor ihr könntet jetzt oben als bündige Kante ransetzen aber spiel sagt nö nein hin karbin da tust du nicht na dann machen wir dem teils so komischerweise so geht jetzt ist aber ein bisschen drüber wa dieser abschluss die fällt mir nicht gut aber wenn ich das jetzt so mache ist das ja so oder so drüber ne warten sie mal warten sie mal na doch geht doch ist okay so ist okay kann ich noch mit leben kann ich da mit leben das war ne lüge nein ist okay ist okay na gut Leute ich würde mal sagen hiermit können wir weitermachen aber erst morgen ich hoffe euch hat's gefallen und wenn ja Däumchen Träumchen nicht feißen wer ist denn die denn ist Ellie ja es ist Ellie was macht sie denn da nee das nicht Ellie das ist ich noch nicht mal annähernd Ellie was machst denn du hier ist verrückt die Tierwelt zeig euch na gut Leute also macht euch einen schönen Tag ich bin erstmal raus ja wie gesagt ist bald Brückenteim wir müssen auch hier außenrum mit Steinen setzen da oben der Balkon aber wir sind schon auf dem eventuell achso das muss ich auch noch zu machen also bis dann ich bin raus Tschüü Vielen Dank.